Guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Ganz egal, wo Sie uns gerade empfangen, hier ist Radio DARC. Sie hören unser wöchentliches Technikmagazin auf Kurzwelle, UKW und per Webstream. Die Stimme des deutschen Amateur-Radio-Clubs e.V. Wir senden unser Hauptprogramm sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 Kilohertz mit einer Sendeleistung von 100 Kilowatt über die Anlagen der ORS in Wien. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast verbreitet. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Hallo liebe Funkamateure, liebe DXer und Kurzwellenfreunde. Hier sind wir wieder. Wie jede Woche hören Sie unser DX- und Technikmagazin. Wir begrüßen Sie recht herzlich zu einer neuen Sendung des Deutschen Amateur-Radio-Clubs. Ich bin Cody Sarin und darf Sie durch die kommende Sendestunde führen. In der heutigen Sendung Nummer 271 dreht sich alles um den bekannten Unternehmer, Professor und Hochfrequenztechniker Dr. Ulrich Rohde.